Halli, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Overwatch. Ich versuche nach wie vor, was mit Mercy zu erreichen und mein Internet scheint wieder zu spinnen. Okay, scheint zu gehen. Hatte wohl nur gerade eben Probleme. Ja. Äh, wenig Neues zu sagen. Ich bin nach wie vor schlecht mit Mercy. Wobei ich mir jetzt mal so ein paar Tipps von einer Freundin geholt habe, die recht gut mit Mercy ist. Äh, vielleicht mache ich demnächst auch mal wieder eine Runde... Äh, wie heißt es? Eine Runde Competitive Play. Aber für den Augenblick Quick Play. So, schauen wir mal. Ich glaube, ich booste als erstes die Fahrer. Ich sage nur die Fahrer. Hast du dir gerade selbst Schaden gemacht? Perfekt, und jetzt... Du siehst die Leute doch schon da unten. Oh, da oben ist der... Brest schon. Weife wechseln mal bitte. Ver董. Oh. Verdammt. Jetzt haben die Investion. Das ist schlecht. Und hinter mir ist nur Reaper. Okay. Das läuft nicht ganz so gut. Aber ich habe mir mittlerweile so ein bisschen angewöhnt, außerhalb des Geschehens zu bleiben als Mercy. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht sicher. Klasse. Wird es sich jetzt noch lohnen zu ressen? Ich weiß nicht. Ich hing an der Tür fest. Ich wollte dem Bestion noch entkommen. Sorry. Ähm, Reinhard. Ja. Okay. Ich möchte den anderen... Geht doch. Ich hätte warten sollen, bis er da unten auch tot war. Warum kamen die auch jetzt von jeder Seite an? Ähm... Ja, Klappe, Junkwet. Komm. Wo ist Farah? Verdammt Ach, komm, jetzt sag mich, ich habe nur einen wiederbelebt Äh, okay Das läuft ganz und gar nicht gut Ich glaube, in der Defense bin ich echt Als Mercy schlecht dran Trotzdem möchte ich sie jetzt noch eine Weile behalten Warum standen hier gerade zwei tote Teammitglieder? Und warum waren sie da nicht mehr da? Da haben die jetzt, die sind einfach rausgegangen Okay Ja, die haben verloren, ich weiß Okay Ich wollte noch ulten, aber da hat mich der Wotog gehuckt Tja Pesch gehabt Was ist los? Keine Ahnung Äh, oh, sorry So, dann mache ich jetzt aber eine Sache Die mir gerade mal einfällt Die ich nach wie vor nicht gemacht habe Und zwar Möchte ich Wo ist es? Ich habe kein Mauslot für ich jetzt gerne Äh Auf So Dann drücke ich da auf So Alles klar Das müsste schon besser passen Und komm Dann spielen wir jetzt direkt mal Eine Runde Weil hey, jetzt kann ich Also Maustaste 4 wäre mir lieber Aber ich habe aktuell leider eine Maus Die nur 3 Tasten besitzt Repair your defenses Defense King's Law Na, vielleicht wechsel ich zu Reinhard Weil Sonst hätten wir 3 Supports Das könnte ein gutes Spiel sein So So Oh, this stun in a row, while there's work to be done. I foresee great things for you. Attackers, in from you for 30 seconds. Okay. Haha, let's hear those guns! What has all... I wage to behaupten, with 2 Healern wäre es gar nicht mal so schlecht gelaufen, aber hey... Okay, links steht der Bastion, rechts der Junkord, dann bleibe ich einfach hier in der Mitte stehen. Offenst, Barbion, Para... Ich brauche Heilung. Das lief ja mal super. Soll jetzt nicht viel springen, aber ich glaube, die Mercy klebt quasi an dem Bastion dran, weil ich gehe davon aus, es sind halt Freunde oder so. Oder die hat halt nicht mitbekommen, dass wir Lust haben, denn, naja, es kam keine Heilung an. Ah, klasse. Okay. Viel weiter vor, Bastion. Hallo, Asuna. Oh, shit. Der war super. Reaper könnte hinter mir sein jetzt, ich bin mir nicht sicher. Klasse. Super klasse von mir, ich bin ein Scheiß. Reinhard. Aber Diva wäre jetzt nicht besser, deswegen bleibe ich dabei. Ich stelle einfach ein Schild auf und höre und hoffe, dass meine Teammates was erreichen können. Ach, kaum. Muss ja das jetzt sein. Kein Chargen mehr. Auch wenn ich gut treffen könnte. Solange wir sie nicht irgendwie vom Objective runterbekommen, haben wir verloren. Das macht so einfach keinen Sinn. Okay, noch könnte es was werden. Nicht zu früh aufgeben. Ich versuche gerade einfach nur meinem Team ein bisschen Zeit zu erkämpfen. Da tanzt nur Reaper und ich glaube, das war es dann spätestens, wenn er Junkrat trifft. Ich will Q drücken, nicht Shift. Wie bin ich jetzt auf Shift gekommen? Fuck. Ich hätte schwören können, ich habe Q gedrückt. Oder wurde ich gepinnt? Nein, ich wurde nicht gepinnt. Ich glaube, das war es dann jetzt. Haben sie aber verdient. Also, das war eindeutig. Das war es dann. Ich schreibe es einfach so. Ich schreibe es einfach so. Jetzt ist eine... Wozu mache ich mir überhaupt die Mühe, ein Schild aufzustellen, wenn sowieso niemand mit mir mitgeht? Okay. 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 Den habe ich schon mal gefunden und dann hängen da jetzt um die Ecke vermutlich auch wieder welche. Okay. Okay. Okay, es macht keinen Sinn, da einen Feuerstoß rumzumachen. Aber hey, vielleicht kann ich nach und nach die Wandturuts von Symmetra entfernen. Ich meine, das wäre schon mal ein Anfang. Steht hier ein Reaper. Ich habe da links noch einen gesehen, gerade. Okay. Ich muss irgendwie da hinten hinkommen, damit ich mit Earthshelder treffen kann. Ich überlege gerade, wir müssen den Bastion down bekommen, was nicht schwer ist mit dem Reinhardt und weil der Bastion nicht auf den Genji reinfällt. Die Turrets da drin hatte ich nicht gesehen. Okay. Stirb, du blöder Weeper. Ich mach viel zu wenig Schaden. Ja, es wird dir, glaube ich, nichts nützen, leider. Sag mal, wie viel Schaden macht ein Weeper? Achso, ich hab den Batsch gerade getankt gehabt. Trotzdem hat er mir bestimmt gerade 150 Schaden mit dem Schuss gemacht. Wenigstens eine Sache. Okay, irgendwie haben wir gerade mit der Fahrer-Ult hier und unserer Ult hier... Ach komm, ihr habt's nicht geschafft, den Punkt dann einzunehmen. Oh. Ach, was? Ach, was? Ach, was? Der war definitiv nervig. Ach ja, stimmt. Ganz vergessen. Ach, ich hab GGG schon geschrieben. Und wir sind bei 20 Minuten. Ich beende die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich überlege gerade, wo bin ich gerade... gewankt. Well. Shit happens. Bis zum nächsten Mal.